Leute, wir machen heute 11-Meter-Schießen, das trainiere ich ungefähr so 10 Mal am Tag, 20 Minuten und let's go. So ungefähr 3 Stunden. Okay, go. Ja okay, wir machen. Und jetzt mache ich mal, du klatschst, wenn du schießt. Ja, du musst schon klatschen, wenn du rennst. Was machst du? Nein, das hätte mir so eine Nachbarkeit. Ja, klatschen, wenn du losrennst. Julianne, wir machen das nicht mehr mit ihm. Okay, einfach nur schießen. Du hast noch Nachschüsse und alles. Ja, wie soll ich den denn halten? Nicht lupfen. Und los geht's, einfach nur aufs Torrennen. Und da sieht man es. Nachschuss. Oh, mach mal krassen Schüsse. Ach, scheiße. Ich bin zu dumm davon. Falls ihr denkt, dass es das für ein Geräusch ist, mein Hund. Mach jetzt, mach mal Elfa. Mit Nachschuss. Nachschuss. Falsche Ecke gesprungen. Ich bin auch Slugby-Dilsel. Mit dem Bewehr. Nachschuss. Und der Schüsse. Nachschuss. Mit Hacke. Einmal P. Hier rein, ja. Locker. Wer ist von euch auch im Fußballtrainer? Schreibt es mal in den Chat. Ja, dass man mal richtig kraft abkriegt kann. Komm, jetzt mach mal so einen richtig krassen Kopfball. Dann aufwertet ihr, was will mich geil. Ich Kopfbälle. Ja, wow, da kann er jetzt. Halten. Okay, jetzt füllen wir ins Tor. Jetzt mach ich mal Kopfbälle. Stell dich aber weiter nach rechts. Nach rechts. Jetzt, jetzt wer. Ja, okay, soll ich sie mal lieben in der Legende? Nö, ich meinst ja. Nur ein normal Tor. Nein, wenn sie ganz sehen. Ja, mach mal schön. Mach vor mir. Ja. Hier kann man halt mit Köpfen. Ich muss noch was sehen. Irgendwo, okay, er geht wieder ins Tor. Ja, ich geh wieder ins Tor. Also, ich geh nicht ins Fußballtraining. Sollte ich nur noch mal dazu sagen. Komm, jetzt nur mit den Füßen halten. Daneben, daneben, Leute. Ja, hab ich schon gesehen. Pflaster ist schon. Und der Pflaster ist schon. Nein, das ist nicht zu nah. Und jetzt wieder daneben. Schieß mal richtig mit. Schieß mal niedrig. Komm jetzt, Füßen. Okay, Leute, er kann einfach nicht schießen. Warte, er muss mal den anderen Ball benutzen. Den kann man... Nachschuss! Nein! Wer glaubt ihr, wer wird heute im Finale gewinnen? Sag erst mal, wer spielt. Italien gegen England. Jetzt dann. Und Nachschuss! Ach, er ist einfach zu schlecht im Schießen. Wie kann das sein? Dimmster Torwart der Welt bin ich. Wie kann das sein? Ich bin doch gerufen. Oh, gut, irgendein Tor. Halten und Nachschuss. Gehalten! Also, ich schick's der Klasse, meiner Klasse. Äh, weil die Ätchen gekauft.